Servus meine Lieben und herzlich willkommen zu einer gemütlichen Runde, die Infacted, mit Voucher, mit Nameless und natürlich mit euch. Schön, dass ihr wieder reinschaut. Heute möchte ich die Baustellen etwas zurückschrauben. Wir müssen uns für den Winter vorbereiten. Absolut idyllische Wolkenkonstellation gerade. Das sieht richtig unheilvoll aus, gell? Genau, also der nächste Winter kommt. Wir haben Oktober und ich möchte diesen Winter als letzten Winter der Fische ansehen. Nächstes Jahr wäre es cool, wenn wir aus dem Kühlschrank leben könnten. Jetzt werden wir das mal ganz kurz hier sauber aufsetzen. Das kann dann nämlich künftig auch hier stehen bleiben. Vielleicht ein bisschen weiter rein. Ein bisschen weiter rein, sodass uns die Zombies das nicht kaputt machen. Dann setzen wir das jetzt hier rüber, nebendran schön. Ist es gerade? Ich muss immer wieder gucken. So, das könnten sie normalerweise, dürften sie hier nicht durchschlagen können. Irgendwann muss halt auch mal ein Tor rein. Genau, also das wird dann mehr oder weniger der Notanker für zukünftige Winter. Wie stellt man die am besten hin, dass das hier... Ich mache die mal einfach rüber. So, und danach holen wir Holz. Ach, da hängt noch Zeugs drauf. Ei, das habe ich ganz vergessen. Ich war so nach Fleisch... Auf der Fleischsuche die Tage. Ist jetzt aber alles leer, ne? So, jetzt kann ich sie nehmen. Perfekt. Genau, den Kühlschrank. Da müssen wir mal gucken. Ich glaube, der hat nämlich gar nicht so viel Platz, wie man gerne hätte. Und wir brauchen hier eigentlich nur noch ein viertes Trockenständerle. So, jetzt habe ich ihn. Danach gehen wir die Erze holen. Ich habe jetzt mal die zwei Aluminium-Extraktoren zusammengezogen. Den habe ich abgebaut, hier rüber gestellt. Wir müssen mal gucken, ob wir mit einer Kiste und leerem Rucksack die komplette Ausbeute aus einem Durchlauf von zwei Extraktoren mit heimnehmen können, gewichtstechnisch. Falls nicht, werde ich eine Schmelze drüben aufbauen. Habe ich jetzt kein Beispiel dabei, aber ein geschmolzener Stein wiegt ein halbes Kilo. Diese Erzbrocken und ein Steinkurm, irgendwas über ein Kilo. Das heißt, wir könnten da eventuell vorschmelzen. Und dann kriegen wir das in einem Dings, nämlich Heimkohl. Ansonsten würde ich sagen, machen wir nachher nochmal viel, viel Holz. Falls wir heute noch zum Bauen kommen. Jetzt müssen wir erstmal schauen, dass wir das eine hier fertig bekommen. Essen, ein Trockengestell. Das wäre dann das Letzte. Die füllen wir natürlich jetzt nicht heute alle auf. Kann sein, dass ich den nochmal ein bisschen verschieben muss dann, aber das ist kein Problem. So, hier haben wir dann zwei Seile, ein Eisenbarren und acht Sticks. Das holen wir jetzt gleich, solange es noch regnet. La la li, la la Lübchen. Ein Eisenbarren. Zwei Seile. Habe ich hier zufällig noch Seile drin? Tatsächlich zwei Stück. Zwei Seile, Eisenbarren und acht Sticks, gell? Da weiß ich allerdings nicht. Doch, das sind auch noch welche. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Ich habe es nicht abgezählt. Ich glaube, er hat Durst. Ich glaube, er hat Durst. Perfekt, weiter geht's. Lum li, lum, lum li, la. Haja, das machen wir so. Dann ist das unser Notenkerle hier. Ey, aber mir gefällt das so nicht. Ich hätte das lieber gerne so aufgestellt. Das ist für mich irgendwie harmonischer fürs Auge. Und nach Möglichkeit den hier ganz dicht hier so dran. Und den da dann hier dran. So, dass ich da eventuell sogar zum Feuer durchlaufen könnte. So, ne? Problem ist, ich hätte die ja eigentlich hochgestellt zum Gewächshaus. Aber du kannst die, du kannst die innen nirgends aufstellen. Die müssen draußen stehen offensichtlich. Okay. Okay. Wieso, wieso, wieso bist du jetzt hier so eigen, mein Freund? So nah wie möglich. Wäre dann so, gell? Na? Der da, der wird. Doch, das geht. So nah wie möglich. Boom. Dann können wir nämlich hier das Feuer hinstellen. Ich weiß nicht, ob ich es doch nicht ganz verschieben. So, unser Feuer. Dann haben wir da schön Platz. Und wenn ich hier mal angeschossen komme irgendwann und direkt hin will, passt es auch. Super. Natürlich muss später oder früher, eigentlich am besten früher, hier auch noch ein Tor rein. Mit den Schlaufen mache ich das immer nach innen, ne? Okay, hier muss ich offensichtlich. Doch, da war es gerade, so wie ich es will. Boom. Ne? Das muss auf jeden Fall auch noch passiert werden. Oder passiert sein irgendwann. So, das lassen wir hier draußen stehen. Solange ich den Vorrat habe, verbrauche ich ihn natürlich. Dann können wir es gleich anschmeißen schon mal. Die Pflanzen müssen wir natürlich rechtzeitig einholen, dass ich die Samen weglegen kann für nächstes Jahr. Und zwar von den Pflanzen, die draußen stehen, ne? Die möchte ich also tatsächlich über die warmen Monate draußen haben. So, dann haben wir das schon mal erledigt. Jetzt müssen wir ganz kurz nach dem Fisch gucken. Mist. Spielsacht, mach erst das Tor. Zwölf Holzscheit und vier Kupferbarren. Also komm. Dann ist es erledigt. Zu teuer ist es ja gar nicht. Wenn wir Kupfer haben, vorausgesetzt. Jo. Eins, zwei, drei, vier Kupferbarren. Und ein Zwölfer. Heute habe ich kein Holz vorbereitet. Zumindest nicht viel. Das werden wir zwischen der Dings machen, ne? Oh. Du wärst geil für mein nächstes. Scheiße, ich habe meinen Bogen, glaube ich. Na, da müssen wir so mal kurz ran. Kurz gucken, was es sagt. Es wird mich klein niederschmatzen. Oh ne, gar nicht. Wir haben ja den verbesserten Speer, ne? So, da können wir uns gleich wieder Fleischle machen. Sehr geil. Und hier übrigens habe ich jetzt noch mal ein bisschen rumgedulft. Ich hatte diese Hüte mal hier draußen stehen. Weißt du, unser Stromhäuschen. Im Moment ist es so, ich habe diese Plattform weggebaut. Dadurch konnte ich es hier drauf snappen. Ja, ihr seht ja, das sitzt jetzt hier drauf, obwohl oben das Dach gesperrt hat. Und ein aktueller Fall. Jetzt weiß ich aber noch nicht, ob ich es so lasse. Es gefällt mir auf der einen Seite ziemlich gut. Weil ich kann die Pumpe jetzt von hier oben bedienen, ne? Ich kann hier drüber gucken, kann sie ausmachen oder anmachen. Und die guckt so ganz leicht ein bisschen raus hier. Man könnte das natürlich alles noch ein bisschen versuchen mit den anderen Dächern, ob man es vielleicht doch angeglichen kriegt. Aber ich glaube, mir gefällt es so. Und dann werden wir hier Seelings drauf machen, auf dieselbe Höhe wie das Gewächshaus. Dann muss ich mal gucken, dass wir vielleicht von da irgendwie einen Überweg schaffen. Und dann kommt noch mal ein Deckel drauf, Wachturm. Da möchte ich so einen kleinen Ausguck oben hin bauen. Habe ich mich noch mal umentschieden. Ich glaube, das gefällt mir so recht gut. Aber bevor ich wieder vom einen ins andere komme, organisieren wir uns kurz zwölf Stämme. Zwölf Stammerl, die werden wir jetzt geschwind schnappen. Elf Stück kriege ich ja auf einmal. Das passt dann. So, dann habe ich schon ein bisschen Fisch draußen in der Kiste. Unbearbeiteten Fisch. Der hebt anderthalb Stunden. Und den nehmen wir jetzt noch kurz gemeinsam aus. Hängen die Trockenständer schon mal voll. Und dann gehen wir die Erzgeschichte an. Weil wir brauchen für die Ölpumpe Strom. Und die Ölpumpe selber braucht noch Mats. Und das würde ich gerne jetzt in Angriff nehmen. Und dann stehen eigentlich mal die ersten Aufwertungen an. Wir haben nämlich Material schon vorbereitet. Zumindest Trockenziegel, ein paar und Zement. Oh, jetzt haben wir das Problem. Ich habe den Bogen nicht, ne? Hören wir mal, probieren es mal so. Das hat geklappt. Die trifft dich natürlich, ne? Nicht reinrauben. So, ich muss meinen Bogen gleich wiederholen. Sonst sind wir noch vielleicht tot. Ist zwar jetzt nicht mehr so problematisch, weil ich mittlerweile 109 Leben habe. Aber, das muss ja nicht sein. Problem ist aber, dass der Bogen, glaube ich, vorne liegt. Komm, wir gehen mal vor. Renne ich ohne Bogen rum, oder was? Naja. Naja, ich vergesse es immer, dass die kommen, verstehst du? Weil ich die ja beim Materialbesorgen meistens ausmache dann. Damit ich jetzt ständig genervt bin. Ist halt jetzt tatsächlich so, das muss man halt auch sagen, so schön wie ich das Spiel finde. Die KI ist halt irgendwie, in Anführungszeichen, ein bisschen langweilig programmiert. Weil, die kommen halt alle 5 Minuten, weißt du? Oder alle 10 oder sowas. Da ist jetzt nichts Besonderes dahinter. Wenn die jetzt, sag ich mal, so random kommen würden, dass man es nicht berechnen kann. Und mal 2 oder 3 und dann mal wieder einer. Oder vielleicht mal ein besonderer. Dann würde ich die beim Fahren wahrscheinlich auch anlassen, was dann Spaß machen würde. So, wir brauchen noch eins. Ich wollte gerade sagen, habe ich doch den Kupferband nicht vergessen, oder? So, ich muss nur rechtzeitig nochmal ins Wasser. Weil wir brauchen auch ein bisschen Fisch für Sprit, falls ich im Winter nochmal Erze holen muss. So, das Törle haben wir. Das Törle haben wir. Törle könnte der Sohn vom Tor sein. Hier, das muss man noch verarbeiten. Da geht es jetzt weiter. Die nehme ich mal ganz kurz rüber. Halt. Auch hier ist es natürlich praktisch, wenn man den großen Rucksack hat. Das ist jetzt die Frage, wo ist der jetzt hingeflogen? Hier liegt er. Und ernten. Ja, da muss ich nochmal rein. Also das müssen wir auf jeden Fall nochmal angehen. Nochmal kurz geguckt, wo der Bogen liegt. Der Bogen liegt auf der 4. Sehr gut. Das schnappe ich mir jetzt mal. Mit dem Eck können wir leben, oder? Mit dem Eck kann ich leben, glaube ich. So, ich mache zu. Ist zwar immer ein bisschen schade, wenn sie dann drauf rumhauen. Aber ist ja wurscht. So, jetzt hauen wir das Fischle kurz. Das habe ich kurz gefarmt, als es gerade mal gutes Wetter war. La la li, la la la. Hier. Wahnsinn. Deswegen ist es auch gut. Wir müssen gleich mal oben gucken, wie es jetzt mit unserer Kartoffelfarm aussieht. Ich habe da nochmal ein bisschen geerntet, neu angelegt und so. Ob das funktioniert. Weil die Kartoffeln ein höheres Boiltime einfach haben. Für Sprit, dass wir zukünftig nicht mehr tauchen müssen dafür. So, guck mal, unser Wintervorrat. Vier Stück reichen uns auf jeden Fall. Man muss sich die Dinger nur voll machen. Und später werden wir dann mit dem besonderen Fleisch, das ich immer koche, mittlerweile. 3, 5. Machen wir hier auch noch gleich die 5er voll. Das andere mache ich dann nach der Folge. Dann sind wir da safe. So, beziehungsweise, komm, wenn ich schon dabei bin. Ich muss mir nur 2 Stück offen lassen, dass ich gleich nochmal unser Gulasch mache. So funktioniert es. Nächstes Jahr will ich dann schauen. Zur Not brauche ich einen zweiten Kühlschrank, falls man 2 braucht. Wir brauchen 2 Fleisch, 2 Fisch und 2 Kartoffeln. Die kriegen wir oben. Okay, Wintervorrat Teil 1 ist angelegt. Wir gehen nach oben. Ich habe natürlich hier auch eine Treppe hingebaut, dass wir hochkommen. Und ich würde auf der anderen Seite irgendwann vielleicht, jetzt nicht in dieser Staffel, aber es kann ja sein, dass ein neues Update kommt, wo man nicht das Spiel zurücksetzen muss und wir streamen es. Dann können wir uns auf der anderen Seite nochmal so einen Turm aufbauen. Dann sieht es auch von hier vorne gleichmäßig aus. Mit so zwei Wachtürmen, weißt du? So, pass auf. Hier ist alles rausgewachsen. Wir müssen es nur rechtzeitig wieder reinholen. So, guck mal hier, das läuft auch. Die habe ich erst frisch reingelegt. Dann klaue ich mir die mal hier kurz raus und werde hier bis auf zwei die Geschichte so machen. Und dann können wir uns eigentlich hier, bam, bam, bam und die Geschichte nochmal. Sehr, sehr geil. Ich brauche halt nochmal eine zweite Pfanne irgendwann. Eigentlich vier, weil dann kann ich es direkt drauf lassen, weißt du? So, wir trinken nochmal einen Schluck, holen uns nochmal frisches Wasser. Oh, die Pumpe habe ich wohl ausgeschaltet. Dann können wir es gleich nochmal testen. Da bin ich immer ein bisschen verwirrt, weil ich tatsächlich, wenn du hier auf die Pumpe guckst, Pumpe ausschalten. Wenn ich jetzt E drücke, für mich bedeutet der Befehl, ich schalte die Pumpe aus. Ist aber fürs Spiel, Pumpe ist eingeschalten. Das soll wohl dann entweder heißen, Pumpe ist eingeschalten oder, warte mal, hier muss sie hin. So, jetzt läuft es, ne? Boom. Und jetzt könnten wir hier zum Beispiel wieder hergehen. Das machen wir jetzt auch, dass wir einfach immer im Saft stehen. Die nächsten Kartoffeln raus. So habe ich es mir dann auch vorgestellt. Wir müssen mal gucken, dass wir nächstes Jahr im Frühling oder so, wenn wir nicht mehr so viel zu tun haben, entsprechend so viele Beete dazunehmen, Kartoffeln, dass es eine Kistenfüllung bedeutet. Eine Ernte, eine Kistenfüllung oder so. So in etwa. Wird wahrscheinlich ziemlich knackig, weil du brauchst du schon einige. Ich glaube, es kommen vier Stück ja raus pro Ernte. Trotz allem ist es natürlich... Ich bin mal gespannt, wo der jetzt rumhängt. Deswegen mache ich die halt ab und zu einfach aus, ne? Weil du bist gerade mitten im Geschäft und dann passiert wieder irgend sowas. Weißt du? Deswegen, also Angriffe ja. Allerdings fände ich es besser, wenn sie vielleicht nur alle zwei Tage kämen. Dafür stärker oder so. Aber wer weiß, was er da noch macht, ne? Siehst du, jetzt gerade so ein Typ wie ich, der jetzt nicht mehr weiß, was er gerade zuletzt gemacht hat. Kartoffeln, da war ich dran, gell? Junge, Junge. So. Da müssen wir jetzt natürlich gucken, dass ich noch mehr Samen finde. Die laufen. Und die da draußen könnte ich noch. Jetzt bin ich mal gespannt. So. Boom, boom, boom. Mit dem Fisch ist es halt geil, weil der Fisch isboilt recht schnell. Die Kartoffeln brauchen halt doch ihre zwei Stunden, ne? So, Kiste ist voll. Jetzt können wir natürlich, wenn wir schon hier oben sind... Ich liebe das übrigens hier, wenn das bewuchsmäßig da in den warmen Zeiten da ist. Sollen wir nochmal eine an? Kriegen wir nochmal eine hin? Wenn nicht, gehen wir nämlich die ganzen Samen kaputt. Ne, wir hören auf. Wir hören auf. Wir enden das jetzt alles weg. Und dann ist es winterfest hier, das Geschichtle. Machen wir erstmal nur die Kartoffeln. Ne. Und im Sommer gebe ich mir das dann oder im Frühling. Frühling einmal die Samen wieder ausgebracht und gut ist, weißt du. Dann bin ich zufrieden und glücklich. Boom. Alter, die ist doch schon voll. Jetzt könnte man natürlich hier auch... Wir müssen eh Sprit machen, weil ich als nächstes Erze holen will mit euch. Heute gibt es so eine kleine Routine-Runde. Ich werde natürlich trotzdem nachher, wenn wir Holz besorgen, ein kleines bisschen Speed reinhauen, indem ich einen Schnitt mache. Aber so ein Tag Routine gehört auch mal dazu, einfach, oder? So, das war die Geschichte. Ähm. Hä? Ja, passt schon. Normalerweise gehört hier oben jetzt auch nochmal der Sprittisch hin. Aber da wollte man doch was probieren, gell? Treibstoffmäßig. Fünf verdorbenes Essen waren es. Weißt du, vielleicht baue ich mir oben noch eine zweite Werkbank hin. In die Küche. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Hä? Nochmal kurz. Jetzt habe ich ihn. Fünfzehn waren es, ne? Sorry. War das natürlich auch. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn. Bäm. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Drei waren es, gell? Mist. Ich vertue mich da immer noch. Eins, zwei, drei. Zack. Eins, zwei, drei. Zack. Dann haben wir die Geschichte erledigt. Wie sieht es proteintechnisch gerade bei uns aus? Können wir eigentlich essen? Jetzt habe ich es roh gefuttert, gell? Ich bin auch der Held. Jetzt habe ich es roh gefuttert, Leute. So bringt es natürlich nichts. Okay. Dann gehen wir nochmal nach oben. Hauptsache, er geht nicht kaputt, wenn er einmal was roh futtert. Das war dann die Geschichte. Das wollte ich machen. Hier kann es natürlich weitergehen. Ist klar. Die müsste man noch aufbauen, wenn wir zurück sind vom Erze holen. Wie war es? Vitamintechnisch. Ist alles gut. Auch Vitamine. Vitamine sind Gurken. Dann machen wir jetzt hier die Gurken auch gleich Winterfest, ja? Zack. Zack. Und zack. Dann werde ich die nämlich gar nicht weiter verfolgen hier. Ja, komm her. Wir hauen die mal rein. Wir haben sie momentan ein bisschen im Überschuss. Dann kann ich jetzt gleich speichern. Da ist das einmal erledigt. So. Und die nehmen wir jetzt auch raus. Dann ist das Thema Winter schon mal erledigt. Weißt du, was ich mache? Damit wir uns keinen Stress machen müssen. Ich nehme einfach die Beete hier wieder rein und zeichne draußen neue an und fertig. So. Und der Mais. Der kann jetzt von mir aus auch hier rüber zum Spa-Eulen. Parenga. Ja. Schön. Also dann würde ich sagen, gehen wir jetzt die Erzgeschichte an, dass wir ein bisschen weiterkommen. Und zwar holen wir als erstes Aluminium. Dafür brauche ich dann acht Sprit. Sieben Stück habe ich. Sieben Stück habe ich. Das heißt, ich muss jetzt eigentlich hier nur noch eins, zwei, drei Stück rausholen. Und die bei uns hier, die fülle ich, wenn ich zurück bin. Bis dahin sind die Kartoffeln wahrscheinlich dann auch durch. Acht Sprit haben wir. Eine leere Kiste muss ich mitnehmen. Da weiß ich jetzt natürlich nicht, ob ich noch eine habe. Wobei ich so viele Kisten schon gebaut habe jetzt mittlerweile. Jo, da ist eine. Die nehmen wir mit. Und für uns geht es jetzt raus. Da mache ich jetzt natürlich einen kleinen Schnippler, bis ich am Spot bin. Ich glaube nicht, dass jetzt gleich so ein Zombo kommt. Und zwar nach Süden. Siehst du, da muss ich auch noch dafür sorgen, dass die Tür da drüben... Ne, die ist ja schon drin. Die müssen wir nur wieder frisch aufmachen. Wir sehen uns gleich am Spot. Wie gesagt, die Aluminium-Extraktoren habe ich zusammengezogen. Jetzt schauen wir mal, ob wir das alles mitkriegen. Ich mache gerade noch meinen Rucksack leer. Jetzt fehlt echt nicht mehr viel. Dann kann ich einmal komplett rüberrennen mit meiner Ausdauer. Guck mal. Wir sind nämlich fast da. Jetzt geht die Ausdauer zur Neige. Und da vorne ist der Stein. Und hinter dem Stein sind die Extraktoren. Na ja. Ich weiß jetzt nicht, wo das Limit ist. Aber ich habe mal bei jemandem gelesen in den Kommentaren, dass er 200 hat. Da müsstest du normalerweise rüberrennen können, oder? Hier hat es übrigens auch noch ganz viel Leben. Sollte ich mir auch mal angewöhnen ab und zu. So. Müssen wir mal kurz gucken, bevor der nächste Zombahl kommt. Also, der Punkt ist, die Dinger sind jetzt beide voll. Einmal, viermal, also einmal durchgelaufen, die Maschine. Jetzt ist die Frage, kriegen wir das alles mit? Oder muss ich da tatsächlich vom Gewicht her schmelzen? Ja. Das heißt, wir werden jetzt erstmal gucken. Das Schwerste sind die hier. Die kommen natürlich erstmal in die Kiste. Ist halt jedes Mal auch ein bisschen random, was drin ist. Aber wir werden es ja gleich sehen, ob es einigermaßen passt. Ich nehme nämlich an, wenn ich die schweren Sachen reinmache hier, müsste das passen. Was halt richtig geil ist, wie viel Material. Und wir brauchen oben ein komplettes Regal mit Kohle. Ich bin gerade ein bisschen hellhörig, falls der Zombie kommt. Dass er mich nicht von hinten da jetzt irgendwie, weiß ja auch nicht. Ich meine, klar, der will auch seinen Spaß. So, wenn wir das jetzt komplett mitkriegen hier, ohne dass ich überladen bin, dann ist es okay, oder? 39, das sieht gut aus. Naja, das sieht gut aus. Dann brauche ich hier keine Schmelze hinmachen. Sonst hätte ich gesagt, wir schmelzen immer den Stein hier ein. Dann wird er um einiges leichter, ne? Ja, guck mal, läuft, oder? So. Machen wir mal hier vier Stück rein. Anschalten. Läuft. Oh ne, ich hab den vergessen herzurichten. Scheiße. Gut, dann haben wir das nächste Mal hier ein bisschen weniger Ausbeute. Ist okay. Gibt Schlimmeres. So, und für uns heißt es jetzt Kerzen gerade nach Norden. Und dann sehen wir uns gleich wieder zu Hause. Also. Dahorm ist dahorm. Dahab, dahab, di, dahab, dahab. Also gut, ein Sprit zu wenig. Aber das macht nichts. Das werde ich gar nicht merken, wenn wir den wieder abholen. Wir kümmern uns jetzt erstmal darum, dass wir Aluminium kriegen. Weil wir brauchen. Wir brauchen unheimlich viel. Hoppla. Ich muss mich selber ekspertiere. So, setzt die mal oben drauf so lang. Fup, fup. Siehst du das mit der Kohle? Das ist zwar, da sind übrigens die Lehm drin vom Dach, das wir gestern gebaut haben. Die habe ich beim Abbauen zurückgekriegt, die Anzahl. So, das ist Kohle. Eine werde ich drüben reinschmeißen. Die Steine haue ich erstmal hier rein, weil ich erstmal Erze durchlaufen lasse. So. Na, als Vergleich. Der Stein hat 1,7 Kilo. Geschmolzen 0,5. So könnten wir eventuell an den Spots von den Extraktoren vorgehen. Falls wir überladen gewesen wären, was wir aber jetzt nicht sind. So, hier habe ich 1. Das heißt, ich brauche 4, 5, 6, 7, 8, 9. Damit beginnt es. Und schon haben wir die nächsten Alus am Start. Und die brauchen wir. So, komm her. Verschwenden können wir. Wir haben so viel Kohle. Pam, Zem. Das war die Geschichte. Jetzt überlege ich gerade, den Kobalt brauche ich im Moment mal noch nicht. Da ist der Vorrat recht gut. Lass uns mal eben die 2 hier bei uns zu Hause noch gleich nachfüllen. Dann haben wir das erledigt. So, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Und 1, 2, 3. Und dann haben wir das gleiche Spiel nochmal. So. Das muss ich mal ganz kurz überlegen. Das sind immer 5 pro Reihe. 15, 15, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Das sind 2 mal 15. Schub, du, wie du, bap, du. Schön. Jetzt haben wir wieder Material. Das heißt, wir können das Stromthema wieder forcieren. Und das müssen wir. Weil wir brauchen nämlich nochmal 100 Strom von vorne weg. So, und die Reihe noch. Und dann habe ich wieder Bandel. Äh, Bandel. Eigentlich heißt es Bandel. So, so, so. So, 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 so. Fupp. Alles klar. Ähm, die kann ich jetzt so kurz holen, ne? Holen wir erstmal oben Metall. Nächste Zombie kommt bestimmt bald. Den könnte ich auch noch weiter runterziehen. Aber das haben wir schon mal gesagt. Nicht mehr gefällt es, dass er da oben drin steht. Die paar Meter laufe ich als ganz gern. Perfekt. So, hier machen wir schon mal 4 Stück rein. Da-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam. Also viel Lehm kommt nicht rum dabei, ne? Viel ist es nicht, aber ein bisschen was. Anschalten. Läuft. Und dann noch unser Küpferle. Und jetzt haben wir gemeinsam mal eine Erzrunde wieder gemacht. Und das lohnt sich. Ich werde überall zwei aufstellen. Einfach für den Fall, du hast ein Projekt. Und du willst, ähm, geschwind viele Materialien. Dann hast du halt einen zweiten stehen. Weil irgendwann weißt du eh nicht mehr, was machen sollst, ne? Kohle kannst du schon mal mit reinnehmen. Die Steine auch. Kupfer lasse ich jetzt. Erstmal noch hier draußen drin. Ich wünsche mir einen Defra-Knopf. Ich wünsche mir einen Defra-Knopf, dass ich draufdrücke und das Zeug tut sich nach oben sortieren, ne? So, der kann auch weiterlaufen. Nur der Kobalt ist momentan nicht aktiv bei uns, ne? Bäm. Kommst du heim und schaust dir wieder Material. Wahnsinn. So, was lassen wir durchlaufen? Ich würde sagen, die brauchen wir als nächstes. Und den da zusammenfassen, dann gibt es schon wieder ein paar Bämsel. Wahnsinn. Jetzt ist auch Nacht. Das heißt, ich würde jetzt gucken, dass ich uns ein bisschen Holz besorge. Ich hole uns jetzt gleich ein bisschen Holz, sodass draußen die Läger wieder gefüllt sind. Und dann machen wir noch ein bisschen was an der Base, ja? Ein bisschen Zeug konnte ich holen, nicht allzu viel. Wir gehen jetzt rein, schlafen, stärken uns und dann schauen wir mal, was wir noch anstellen können. Weil es ist jetzt November. Es ist jetzt November. Und das bedeutet, es wird jetzt auch super kalt. Oben habe ich schon mal ein bisschen umorganisiert, wie ich es vorhin angekündigt habe, ne? Dass wir die Beete im Gewächshaus schon mal da haben. Und außen habe ich dann neue, wo ich anzeichnen muss. Also praktisch getauscht. Jetzt gehen wir aber erstmal kurz rein. Ich lasse jetzt hier alles mal offen. Wie stehen die Werte? Durst hat er. Aber er hat immer Durst, weil ich meistens mit der Shift-Taste auch rumrennen und gefühlt, die dafür sorgt, dass er ständig Durst hat. Machen wir wieder bis 6.30 Uhr, ne? Wow, wir sind schon bei Tag 40 jetzt, ne? Wahnsinn. Dam, 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 dam. Komm, Energie einmal voll, dann kannst du wieder ein bisschen Holz holen für die Folge morgen. Perfekt. So, meine Lieben. Wir haben jetzt November. Bedeutet, wir müssen uns jetzt auch bald wahrscheinlich unsere Winterklamotten anziehen. Hier würde ich nochmal kurz nachlegen. Letzte Möglichkeit zum Fische-Farmen ist heute. Dann wird es erstmal 2, 3 Ingame-Tage nichts werden. Oder noch länger. So. Vorrat ist momentan nämlich ziemlich gering. Einständer würde ich noch auffüllen. Sobald es jetzt gleich ein bisschen heller wird, ne? Okay, meine Lieben. Aber dann haben wir es im Griff. Gehen wir ganz kurz hoch. Dann zeige ich euch, wie ich es getauscht habe. Haben wir rechtzeitig die Schotten dicht gemacht oben, ne? So, dass unsere Samen jetzt hier nicht kaputt gehen, ne? Also ich habe jetzt praktisch hier Melone, Melone. Dann habe ich zweimal Gurke, Mais, zweimal Gurke, Melone, Melone. Dass es gleichmäßig aussieht. So, und da drüben natürlich unsere Kartoffelfarm. Ja, ganz klarer Fall. Kühlschrank fehlt uns noch. Aber ich würde erstmal die zwei Dinger hier fertig bauen wollen. Wie stehen wir denn da materialtechnisch? Ja, das haben wir jetzt alles da. Das heißt, die zwei Windturbinen bauen wir auf. Sind 40 Strom. Aber warte mal, ich wollte das noch kurz fertig machen. Lass uns das kurz fertig machen, dass ich weiß, mit was ich es zu tun habe. Essen und die Geschichte. Jetzt passe ich die einfach hier rein. Die, die da vorher standen, habe ich reingeholt ins Gewächshaus. So sind wir wintersicher. Und da draußen haben wir dann nochmal eine kleine Baustelle. Bis im Frühling habe ich die fertig. Und dann sieht es hier wunderschön aus bei uns. So, schwupp. Und ich habe einfach überall ein paar weggenommen, sodass noch einer zum Abmessen dran steht. Ach, guck an. Den hast du. Halt, was machst du denn? Den hast du offensichtlich. Die waren breit, gell? Dann muss ich sie hier auch auf breit machen. Dann machen wir sie so rum auf breit. So weit wie möglich hinter. Bisschen leicht vorgerutscht. Den kannst du wegbauen. Ich habe gedacht, ich setze den mal hier hin. Platzieren. Essen. Lager. Legerle. Also. Wichtig ist momentan 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 Stück. Jetzt muss ich nochmal ganz kurz hier rein mit euch. 6 Stück. Bei 20. Das heißt, 120 Strom. Unten sind wir bei 200 Strom, wenn ich die laufen lasse. Ja, die müssen wir auf jeden Fall aufbauen. Ich glaube, das machen wir jetzt auch noch. Wobei ich ja schon gerne hier ein bisschen was gemacht hätte, gell? Aber dafür brauchen wir jetzt Zeugs, das ich noch nicht vorgefarmt habe. Dann machen wir dann später weiter. So meine Lieben. Dann hauen wir mal die Alu-Geschichte kurz hier raus. Ich glaube, 20 Aluminium brauche ich alleine für oben jetzt gleich. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 4, 6. Und die noch. Ist der Hammer. Oh, den habe ich vergessen. Da hinten hat sich versteckt. Na ja, dann bauen wir die zwei Windturbinen. Dann haben wir zumindest schon mal den Strom, den ich brauche. Wie viele sind das jetzt? 2, 4, 6, 8, 10. Und die zwei Reihen noch. Kann ich ja noch laufen? Ja, ist halt der Wahnsinn. Der Große Rucksack, der Große. Hier finde ich auch schön, dass man jetzt raus kann mittlerweile. Also, mein Freund. Deine 10. Perfekt. Deine 10. Und dann brauchen wir von allen anderen jeweils 8. So. Anders geht es nicht. Wir müssen uns ja irgendwie die Sachen aufbauen. Jeweils 8. Guck mal, hier haben wir auf jeden Fall 8. Hier haben wir auch 8. Und draußen sind noch Kupfererze drin. Und das hier sind 3, 4, 5, 6. Das sind genau 8. Okay, jetzt bin ich etwas. Ja, ich bin gleich da. Ich bin gleich da. Also gut. Vor dem Winter noch einmal Fische geholt. Vier Stück für die Trockenständer. Und vielleicht noch ein paar für Sprit. Oh, der ist schon fertig. Und der ist fertig, Leute. Sehr geil. Dann setzen wir die jetzt einfach für den Winter mal hier rüber noch, würde ich sagen. Dann drehst du mal so ein. So nah wie möglich nach da hinten. Und dann müssten wir jetzt genug Strom haben erstmal, um uns wirklich dann auch den Ölsauger in Betrieb zu nehmen. Ohne, dass ich ständig das Gewächshaus, die Pumpe zum Beispiel ausmachen muss. Und das wäre schon mein Ziel. Man kann natürlich auch durch Außen anschalten und so weiter das ein bisschen besser steuern. Aber sind wir mal ehrlich, laufen lassen wäre halt einfach cool. Lass uns mal ganz kurz zu unserem Stromkistle gehen. Hier, Housing-Zimmer kommt jetzt dann im nächsten Jahr. Also Eingangstrom 200, Ausgangstrom 120. Die Pumpe läuft durch. Die zwei Lichter laufen durch. Dann müssten wir bei 140. Verfügbarer Strom sind 80 vom Eingangstrom. Das heißt 120. 100 die Pumpe. Und die da jeweils 10. Jupp. Ei, super. Super, dann können wir uns jetzt um den Ölsauger kümmern. Ich brauche nur noch ein Windrad. Dann kann ich sie durchlaufen lassen, die Sachen. Und hier haben wir schon Material drin. Komm, wir bauen den fertig. Wir brauchen noch 5 und 4, 9 Alu. Wir brauchen nur noch 9 Alu. Schon wieder vergessen, dass wir das Ding fast fertig hatten. Haben wir noch 9 Alu? Ja, oder? Ja, guck mal. Oh, schön. Dann haben wir das Ding heute aufgebaut. Dann brauche ich jetzt noch das letzte Windrad. Dann bin ich happy. Wollen wir dann so machen, dass wir das morgen fertig kriegen, oder? Da ist er, der gute Alte. Wenn ich ihn jetzt anschalte, habe ich das Problem. Was ich natürlich machen kann, was ich natürlich machen kann, wenn die zwei Lampen ausschalten, dann geht es genau auf, ne? So. Wir gucken, wir testen es gegen, weil ich mir die Zahlen nie merke, ne? 100 haben wir Verbrauch und 100 läuft da. Anschalten. So, meine Lieben, wir haben jetzt die Wasserpumpe und der Dauerbetrieb plus den Ölsauger und der Dauerbetrieb. Jetzt fehlt uns noch ein Turbinchen für die zwei Lichter und dann müssen wir weitere Turbinen aufbauen für den Kühlschrank, ne? Komm her. Machen wir einfach so. Das ist ja geil. Dann haben wir jetzt tatsächlich, ich glaube, jetzt haben wir auf jeden Fall funktional hier schon mehr rausgeholt. Es geht wieder darum, vier von jedem und neun Alu. Neun Alu haben wir, glaube ich, nicht mehr, oder? Das wäre geil, wenn das jetzt auch noch fertig werden würde. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Fünf Alu noch hier? Ah, ich habe die Alus komplett verbraucht. Okay, nächste Runde, wenn wir Aluminium holen. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Und hier noch. Eins, zwei, drei, vier. Ja, aber es macht doch nichts. Ich kann ja auch zum Beispiel einfach mal rüberlaufen. Die beiden Aluminiumdinger einmal zwischen der Zeit leeren einfach, damit das fertig wird, weißt du? Bevor es Winter ist. Es geht um acht Alu. Vier liegen unten drin. Dann wäre es noch vier Stück. Ich glaube, die hole ich noch kurz. Ich würde mich jetzt aber ganz kurz um Fisch kümmern. Meine Lieben, die Folge ist für heute dann soweit durch. Wir machen morgen das Ding hier fertig. Ich hole die Alu-Geschwind zwischen der Zeit. Ich fülle noch mit Fisch auf und werde die Holzlager füllen für uns. Und dann können wir morgen ganz gemütlich hier mal zum Beispiel Zaun anbringen. Dann machen wir die Beete hier fertig. Ganz klarer Fall. Dann werden wir hier uns um den Außenturm kümmern. Jetzt hat sie mich gerochen, weißt du? Wo bist du denn? Ich hätte dich gerne für meine nächste Gulaschgeschichte. Ja, renn doch rüber. Ich treffe den schon von hier. Das Problem ist nur, jetzt weiß ich nicht mehr, jetzt habe ich ihn aus den Augen verloren. Ich treffe den schon von hier und dann erst mal vorbeigezundert. Also, meine Lieben, dann sehen wir uns morgen. Ich freue mich auf euch. Bis dann.